Das war's für heute. Yo Freunde, was geht? Willkommen zu einer neuen Folge Days Gone. Und ich würde sagen, wir machen einfach da, wenn wir aufgehört haben, machen wir weiter. Und ja. Guck mal, da wird es nicht mehr gezeigt. Bist du da? Guck mal. Wie geht's dir? So, let's go. Wie gesagt, wird schon. So, und links. Seht man, wo ich herfahren muss. Sterile Verbände holen, für Cyber und so. Na klar. Komm gut. Geh dann raus und sichere den Berg. Brusa, nein, nein. Du hast Verbrennung im dritten Grad. Du wirst dich aus, okay? Ich komme so schnell ich kann. Ich glaube... Ich könnte... Ich könnte... Es gegen die Schmerzen im Bauch. Ja, ja, klar. Ich werde sehen, was ich finde. Ich... ich finde schon. Das ist der... Der Nero-Control-Port. Ich brauche das Verlusters an. Ich stehe hier. Ich stehe hier. Oh, ey. Wie kann ich hier... Ah ja, genau. Komm mal, kurz die Luft verleihen. Was ist das für eine Kack-Waffe? Was ist das für eine Kack-Waffe? Oh, hey, dich, habibin! Ness! Ja, Mann! Boah, Junge! Junge, die geben einem aber auch immer einen Hint, ne? Jetzt nur du. Oh, geil, ja? Ich hielt dich, mein Freund. Nochmal. Ja, Mann! Boah, Junge, voller Blut. Ah, die haben viel Leben, wa? Fällt mir auf. Junge, das ist krank, das Spiel. Wirklich. Der lebt ja immer noch. Wir nehmen auf jeden Fall alles mit, was wir hier bekommen können. Hier im Auto war durch. No, 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 no. So, gucken wir mal, was wir hier so rausbekommen. Ah, jetzt verwende. Jetzt kann ich mich nehmen. Hier hinten raus. Was ist das denn? Jööööö, tja, hielt das gerne. Öffne den Augen. Na wohl, verwende ihn nochmal. All right. Noem! Das ist... Ich weiß, dass die Umgälder noch nicht so gut ist, oder? Ja, das ist nicht so gut. Ach so, hier. Nee, gar nicht. Ist ja auch egal. Gehen wir jetzt erst mal hier rein. Ah, ist zu, ne? Du weißt, du Scheiße, du springst schon an. Ah, der braucht auch Sprit. Ach so, ja, okay. Lul. 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 steig auf ok lauf ja 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 Mal gucken, was die Machete kann. Wow, krank! Die ist heftig, Freunde. Boah, die ist ja heftig, die Machete. So. Wir nehmen alles mit, was wir bekommen können hier. Ja, hier viele Verbände. Genau das, was ich brauche. Jetzt muss ich das nur noch zurück zu Gute nehmen. Ah, okay. 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 Ja, 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 also langsam komme ich in das Game hier. Okay. 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 So. Okay. 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 Ich hab da schon einen Scheiß für deinen Rahmen gefunden. Nee. Ich dachte schon, er wär tot. Alles gut! Ja. Ach, guck mal, wir sind abgeschlossen. Okay. Merci. So. 400 Meter ist der nächste Auftrag. Dann fahren wir da mal hin mit dem Hobby. So, let's go! Nächste... Ist so schwer, ihr glaubt es nicht, ne? Ohne Scheiß. Sind auch überall Zombies. Ja, das feier ich halt, ne? Aber die sind schon OP. Wenn die hier einmal zuschlagen, direkt 40 Leben weg. Man, 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 man. So, bin gespannt was wir jetzt machen müssen. Ohoh! Okay, 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 okay! Hmm, I'm lost. Oh, Lofty! Nice. Wart nach dem Arm. Oh, die Steuerung ist aber ein bisschen... Oh, nein, 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 nein... Auf... ...fand hier, was ich jetzt an der so? Ah, dammit! Nice. So. Was? Was? Ja, komm, 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 komm! Ja, komm, 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 komm! Ja, komm, 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 komm! Ja, komm, 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 komm! Ja, komm, komm, komm! Ja, komm, 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 komm! Ja, komm, 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 komm! So, holen wir uns jetzt mal Heigo und hier... Wo sind sie denn? Wo sind sie denn? Was? Was war der Letzte? Let's go! Wie viele sind von dir angepistet? Also... So, wenn ich hier ein Lappen... Machen wir mal... Machen wir den mal... Ich schieß nicht auf Frauen, wenn ich nicht muss... Und? Muss ich? Ich habe nichts! Und ich weiß nicht, wohin! Hm... Ja? 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 Zoom. So, was haben wir denn hier? Das ist gar nicht was wir jetzt machen müssen. Das ist gar nicht was wir jetzt machen. Das ist ein Keller oder was? Ich bin mir gespannt. Leute, Leute, Leute. Was ist das für ein Game? Ich bitte euch. Müsst ihr euch unbedingt holen, ohne Scheiß. Ich liebe so Story-Modus mäßig. Was ist das für ein Game? Ich liebe es. Mission abgeschlossen. Ja, Freunde, würde ich sagen, sehen wir uns bei der nächsten Folge wieder. Haut rein und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 3